Ist der dann zugelassen oder wird das alles auf Holland zugelassen, weil das gelb ist? Nein, nein. Jetzt sind wir in Romanim. Neben mir ist der Marco. Wir sind jetzt gerade dabei, dass ich mit der Nummer 13 die erste Testfahrt mache, bevor wir das Rennen am Wochenende fahren. Ja. Einweisung habe ich schon gekriegt. Du musst es dir ja erklären, wenn man so einen Schlitten fährt. Hier ist Gas und hier bremst du mich gleichzeitig betätigen. Ja. Sag. Gebet! Nein, ich bin so glücklich. Es ist noch ein Parsons zu sein.